Im Januar gibt es zwei Sternzeichen. Zum einen gibt es den Steinbock und der Steinbock ist das Sternzeichen etwa vom 20. bis 22. Januar. Das ist jedes Jahr so etwas anders. Und ab dem 20. bis 22. Januar, dann ist das Sternzeichen der Wassermann. Natürlich, wenn ich von Sternzeichen spreche, ist es natürlich das Sonnenzeichen. Die Astrologie ist etwas komplizierter. Bis zum 20. bis 22. Januar ist so der Steinbock das Sternzeichen. Steinbock steht für Disziplin, steht für Regelhaftigkeit, steht für auch Durchhaltevermögen, steht auch für Weitermachen, wenn es schwierig ist. Und so Steinbock ist das Sternzeichen, das beherrscht wird durch den Saturn und der Saturn wird bezeichnet als der Hüter der Schwelle. Wassermann in vielerlei Hinsicht ist der andere Pol zum Steinbock. Wassermann ist die Verrücktheit. Wassermann ist das Revolutionäre. Wassermann ist das Außergewöhnliche, das Besondere. Wassermann steht für die Große, Weite und die Leichtigkeit. Und manche sagen, dass Rama und Krishna Steinbock und Wassermann verkörpern, obgleich Rama eigentlich zur Sonnendynastie gehört und damit eher Surya ist. Aber in mancherlei Hinsicht, Rama hat immer versucht, das Richtige zu machen, sich an alle Regeln und Gesetze zu halten. Krishna dagegen ist mehr der Wassermann, im Sinne von revolutionär, immer wieder neu, kreativ und sich an keine Gepflogenheiten halten. Beide sind Inkarnationen des Göttlichen. Aber es gibt die Saturn-Steinbock-Spiritualität und es gibt die Wassermann-Spiritualität. Und für die meisten Menschen ist es gut, eine Mischung aus beiden zu sein, egal was dein Sternzeichen ist. Und für die meisten Menschen ist es gut, eine Mischung aus dem Sternzeichen des Göttlichen.